Deviationsmoment berechnen. Wie geht das? Hier das Rezept in neun Schritten. Der L-Querschnitt ist asymmetrisch, also zerlegt man den Querschnitt in zwei symmetrische Teilflächen. Die werden erst mal indiziert. A1 und A2. Ein Koordinatensystem wählen. Den Ursprung legen wir mal in die untere linke Ecke. Jetzt die Koordinaten der Teilschwerpunkte festlegen. Daraus die Koordinaten des Gesamtschwerpunktes berechnen. In diesem Gesamtschwerpunkt legt man ein neues Koordinatensystem. Bezogen auf dieses neue Koordinatensystem bekommen unsere Teilschwerpunkte neue Koordinaten. Unbedingt auf die Vorzeichen achten, denn die Koordinaten können jetzt auch negativ werden. Fast fertig. Jetzt multipliziert man die Teilflächen mit ihren neuen Koordinaten. Die Ergebnisse addieren und das Vorzeichen ändern. Fertig ist das Deviationsmoment. odd Vielen Dank.